alles mitnehmen was nicht nid und nagelfest ist ja wir arbeiten uns jetzt hier einmal rum und das ist nicht mal wenig hier ne ist überall zeug das ist wirklich gut na den krieg ich noch mit wenn der sauerstoff nicht mehr da ist natürlich nix wir brauchen definitiv mehr drum auf dem hinteren teil der insel scheint nichts zu sein sieht nicht gut aus ich nur da vorne oh hi naja naja ist wurscht ja wir haben jetzt eh außerdem außerdem der ist ja jetzt angehittet für ja warte ich kann dir dann nachlegen wenn du willst wer möchte den hai essen ich wieder da totenverzweiflung haben geschrien muss da aufpassen das fleisch kann auch verderben ach so warte mal denkt das konnte ich ja irgendwie aufsetzen doch das geht irgendwie ich weiß nur nicht mehr wie ich weiß nur dass ich jetzt definitiv gleich mal was zu essen brauche weil sonst ist da wieso es geht doch ganz gut mit mehreren kleinen hüpfern ja wir kommen schon weg aber wenn ich muss noch mal schnell ein paddeln machen damit würden wir es denn schaffen so so Louis ciao so können wir die vögel jagen die mit bögen glaube ich schon ich weiß es nicht denn es ist das gibt es ja nicht dann sind die mal durchgebraten noch ewig also der oh ja hi so jetzt schaue ich mal was ich hin da gibt es nichts mehr da gibt es auch nicht mehr das erforscht die schaut gut aus es regnet oh so so schrauben so schrauben aber das ist nasse ziel und da hinten ist ja gleich gut das ist erstmal unser ziel also mit das nächste ziel unbedingt fangnetze mache ja so seil nägel planken obwohl boots vergrößerung glaube ich erstmal wichtiger ist 3 3 weiter hm kommst du ran? ja Aber an die hintere glaube ich dann nicht. Eierndriff. Drecksvieh, ich kann nix machen. So. Ähm. Ach Gott. Da vorne, vorn. Drei Kisten. Mö. Achso, da hinten, ja. Ähm. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier noch an? Klanken. Gar nichts. Hm. Das ist natürlich... Ah, an die linken kommen wir nicht ran. Nee, hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Scheiße. Ja, nächste Insel klingt gut. Ich nehme mal den Sand aus der Kiste. Den brauchen wir echt nicht. Bist du sicher? Warum sollten wir den nicht brauchen? Ja, aber aus der Gemeinschaftskiste, dass wir da alleweil mal die Hauptmaterialien drin haben. So. Voll wild. Irgendwie wird man schon ein bisschen seenkrank in dem Spiel. Was? Hier wackelt einfach alles. Ja. Ist doch nicht schlimm. Ist doch geil. Oh, da hinten ist eine richtige Kiste. Die müssen wir ansteuern. Wo? Ja, ist es. Na. Ah, falsch. palm letter rote rüben klanken und das alles in guter menge das war toll wenn es auf was spaß und dann geht der haken wir werden wohl wieder den fisch weg machen müssen den das mal hier wieder gut was zusammen drucken können doch dieses beschissene plastik kriegen das glaubt mir gott sei dank ist es nachher nicht mehr wirklich notwendig wenn es genug sammler hast das ist scheiße geronimo würde ich sagen hat er eine axt ja ich habe eine warte ich hole mir nur hier gerade ist da oben noch eine palme oder so ein arschloch die der hai ja ja wir müssen mal schauen dass wir uns alle ein sperr kraften sperr sollten wir wirklich alle haben ja nützt ja nicht wenn das boot fristen der weil wenn ich am eingeln bin und kannst du nicht einfach wechseln ich weiß ich weiß es geht mir das ist schon klar erstmals brot vergrößern wir haben jetzt schon ein stück verloren habe ich das habe ich schon wieder dran gesetzt ja wir müssen hier jetzt so oder so ab abhain und heppich ganz edel na ich brauche eigentlich weiß also das auch jetzt diese ominöse sander ja geh mal direkt mal richtig auf jagd hier müssen sie viel wegkriegen jetzt gibt es doch nicht jetzt bleibt doch mal stehen hai weiß sonst kriegt er nicht genug von uns ich habe ein paar mal gehittert müsste eigentlich bald ja 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 aber auch zweimal habe ich ihn getroffen vergesst nur den sauerstoff und eure nebenmächeln nochmal auf dem grill müssen was liegen ja ne ich habe aus der kiste was genommen der lebt ja noch ja wir sind auch gerade dabei ne ich meine wie viel hält der bitte aus ich treffe ihn einfach nicht gut ich auch nicht und ich sehe ihn nicht mehr ich muss jetzt erstmal kurz was trinken wir müssen ein bisschen zusammenbleiben wenn wir den ja ich bin nämlich nur fast hier ah da ist er ja dann konnt sie aufpassen ah zwei hits hat er kassiert na wenn man mal nichts nö 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 das war's mit weh mit angel ey wie viel hält der denn aus hier heute das ist ja nicht mehr normal ne der ist hartnäckig jetzt gehen wir fischen jetzt er ist weg das heißt jetzt können wir hier mit der mit der mit dem haken unten die sachen abbauen ne für die die es noch nicht wissen ich stelle essen ja ja habt ihr da abgebaut ja ich habe ich habe fleisch ich muss das aber mal hier in die ruhe ja du in die kiste ich äh mach's dann so brauchen wir auch bald mal so einen schmilzofen ja gut das der war gut da finde ich irgendwie lehm oder so ja auch seetang ja davon sollten wir demnächst genug haben ja gut ja das haben wir ja fleißig schon gesammelt so so hier ist aber ein großes riff ne also da wenn sich das jetzt noch um die ganze insel rumzieht dann halleluja ja ich denke eher nicht aber ich denke eher nicht aber hoffe wir mal nö nö schrott ist eh immer gut oh man 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 so so ihr seid schon davon passt hier scheint es zu enden ich gehe trotzdem nochmal um die insel rum aber aber nö hast recht hier sieht es nicht mehr so gut aus ja da da ne 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 Wo bist du? In Wasser. Der war gut. Ich habe gehört, wir fahren ohne Louis los. Nee. Ich habe gehört, das würde ich an eurer Stelle lassen. Nicht, wenn seine Ausbeute sehr gut ist. Ja, stimmt. Oh, er ist wieder da. Oh, was? Oh Gott, er will nicht. Aua. You're the bitch. Vielleicht wieder killen. Gibt es gut, Essie. Ja, genau. Wenn es so einfach wäre, dann... Wollt ihr jetzt nicht wirklich machen, oder? Wer ist eher am Arsch? Meiner auch. Ja, ich habe auch nicht mehr wirklich... Sollte ich mir gleich einen neuen machen. Also, ich habe gar keinen mehr. Der ist eh schon ganz weg. Ja, ich glaube. Wir sollten weiterziehen. Ja, ja. Sollten wir definitiv. Oder wir machen mal ein kleines Päuschen. Sollten wir von mir aus auch noch... Halt nur ein ganz kurzes so. Ja. Ja gut, dann... Sehen wir uns gleich wieder.